Liebe YouTube Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal live ist euer Wurzeltomi. Heute für Sie Wurzeltomys Konzert trotz Corona Teil 18 unseres Videos. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Da hab ich drauf ja ein Warnsdienst Durst. A Weisswurscht, a Pretzau und dazu a Weisswurscht Senf. Mit dem Bier schwammers dann auch weh. Nein, ich steh's drauf. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Drauf hab ich a Wahnsinns Durst. Die Preisen essen sie mit Messer und Gabel. Die Bayern zuzau'n so a Weide schön Brotzeit. All aller Fett. Alter Fett und voll a Gras. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Drauf hab ich a Wahnsinns Durst. Dazu, ich nehm was Bier. Das trinken wir dann hier. Euch einen schönen Sonntag. Das wünsche ich besonders dir. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Drauf hab ich a Wahnsinns Durst. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Drauf hab ich a Wahnsinns Durst. So, a Brotzeit isch recht fein. Dazu, ich nehm was Bier. So soll es in Bayern, Bayern sein. Ich zuzau die Weisswurscht dazu, ich nehm was Bier. Drauf hab ich a Wahnsinns Durst. Dann kommen wir zum nächsten Lied des Liedlings. Es kommt ein Gestanzer. Äh, genau. Ob er durchknallt oder rausgeflippt so wie man sieht aus welcher Sicht so ein Guru so ein rausgeflippter durchknallter. So wie er auch Debsau Depper durchknallt, wo nicht jeder, jeder schnallt. So einer der sich prügelt. Jetzt weiß man's, jetzt ist er ausgeflippt. Ob durchknallt oder ausgeflippt so wie man sieht aus welcher Sicht. Ob Spinnerarschloch oder Depperzau, so mancher hört dann ja dann im Hirn nicht frei. Ja, warum red ich da noch jetzt? Ist mir alles klar. Bitte herreden, was er da kann. Das ist ein Gestanzer, das ist ein Hit, den hab ich geschrien für mich ein saublöds Lied. So, jetzt mach ich nämlich es ist da mit dem Liedl Schluss. Bis zum nächsten Lied, zum letzten Lied. Darum sag ich einfach, einfach tschüss. Kommen wir zum letzten Lied des Liedlings eines Lieders. Wir machen was wir wollen, Regeln brechen, ins Tisch durchrotzen. Wir machen was wir wollen, Regeln brechen und ins Tisch durchrotzen. Wir trinken Bier, weil uns es Spaß macht. Ein Bier macht dem anderen. Ja, das lassen wir jetzt lieber weg, weil ich... Das lassen wir jetzt lieber weg. Weil bei zwei Lieder bleibt es heute dabei. Ich verabschiede mich heute. Das war Teil 18 unseres Lieders, unseres Liedlings. Servus, ciao, euer Wurzeltol. Bis zum nächsten Video. Servus, ciao. Machen Sie es gut. Dass er das letzte Lied, sollte ich noch proben, vielleicht. Gott, nicht auch.